Ach komm, ihr alle mit euren scheiß Vorschau-Packs, guck mal. Ich kann euch immer sagen, egal was ich im Vorschau-Pack ziehe, weil ich schon so überzeugt bin, werde ich diskarten. Egal. Seien es kompletter Schrott, dann nehme ich das nicht mit, aber ihr wisst, wie ich meine. Da wird... Digga, im Vorschau-Pack kann ich euch Armen und Siegeln geben, dass hier nix drin ist. Ja, guck hier, bitteschön. Also, was wollt ihr von mir? Jedes Vorschau-Pack wird diskartet von mir. Jedes. Weil ich noch nie was da drin gezogen habe, außer Lackerset mit seinem Wassermelonen-Kopf.